Willkommen zurück bei Wild Star. Optional? Achso, das ist hier... Nimm mal ein Taxi. Oh, warte mal, das machen wir mal, wenn wir optional hier angeboten bekommen, ein Taxi zu nehmen, dann nehmen wir das mal. Was ist denn hier? Kann ich hier noch was kaufen? Man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Ach, das ist der Salon. Das ist doch... Äh... Taxi, 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 Taxi. Was ist denn ein Taxi? Da ist das Taxi. Wie kommen wir denn da zum Taxi-Stand hin? Will ich jetzt rüberjumpen? Oh ja, geil! Nein, geht nicht! Oder ich hab gefailt, weil ich so dumm bin. Nee. Oh, es regnet. Es ist wieder laut. Der Regen! So, Taxi-Stand. Ah, nee. Alter, ist das laut! Ist das Hagel? Nein, es ist Regen. Sorry, Velux-Fenster, ja. Da... Da ist... Das ist leider ein Problem. So, wo sollen wir jetzt hin? Nimm mal ein Taxi. So, und wo ist denn das jetzt? Das ist Quest Nummer 1. Das ist da unten. Mhm. Okay, das ist da unten. Nimm mal ein Taxi. Da hin. Mal gucken, wie das so ist. Für Fuffi extra fahr ich wie der letzte Lumpf. Äh... Also, das ist quasi wie der Greif in WoW, ne? Also, nur halt in hier Taxi-Style. Dieses neue Taxi von Malgräufe immer pampiger. Eines Tages bekommt er die Rechnung präsentiert. Ich rolle das R. Damit wollte ich nur sagen, dass ich ein anderes Fahrzeug ermorden werde, weil es so vorlaut ist. Aber eigentlich wäre das kein Mord. Kein Mord. Braucht es ein Motiv. W-T-F. Hey, lass mal wieder von dir hören. Ich hoffe mal, das hat man gehört. Ähm... Ähm... Den ganzen... Wegen dem ganzen Regen. Was der da labert. Okay, ähm... Alter, der Regen ist echt unglaublich. Kann ich jetzt aber leider nichts für. Tut mir... sehr, sehr leid. Bitte akzeptiert das. So. Äh... Was werde ich jetzt gerade machen? Achja, ich wundere mich. Übrigens soll mich 30 FPS gerade aufnehmen, obwohl ich eigentlich 60 FPS eingestellt habe. Äh... Why? Ist das Spiel... Hat das Spiel einen 60 FPS Lock? Nein. Ich habe 120 FPS. Why? 30. Okay, das werde ich, ähm... Mal gucken. Gut. Äh... Wir haben hier ein paar... Ich bin eine Spinne. What? Ich habe... Ich habe andere Fähigkeiten. Geil! Okay. Schon bald wird das Blut unserer Feinde fließen, wie eine Reise in der Fluss. Was muss... Wie... Wie geht das? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Tab. Ach, ich muss die antappen. Wow. Was muss ich denn machen? Hier. Äh... Hä? Wie geht das? Ich checke das nicht. Drei? Gift. Wow. Alter, wie laut das ist gerade draußen. Ich weiß nicht, wie die Spinne funktioniert. Aber irgendwie läuft's. Nämlich einfach Flächenschaden mache. Ruhigt einflößend. Drei. Ah ja. Gift. Ist noch ein anderer Spieler? Drei. Drei. Okay. Einer noch. Hingefallen. Zinecken. Auf Zinecken. Drei. 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 Wieso stirbt der nicht? Der hat immer... Mal einnehmen. Ach, weil er noch ein Schild hat, ne? Drei. Drei. Und so endet es, wie es angefangen hat. Im Gemetzel. Ruhm dem Dominion. Ja. Alles klar. Ähm. Wie sollen wir mit dem jetzt sprechen? Warte. Ah ja. Das ist hier so ein Reittier aus Leia. Aber ich hab ja Reittiere en masse. Brauch ich nicht. Neue Gegenstand. Munitionsküste. Weil ich ein Level Up gemacht habe. In meinem Pfadbereich. Äh. Sechs Plätze macht... Äh. Hat das. Das ist ja sehr gut. Kann ich ja den Rucksack hier ausbauen. Und den hier einbauen. Oh, geil. Sechs Plätze, Leute. Heißt. Mehrmütterplatz. Also eigentlich zwei Mütterplätze mehr. Äh. Hier. Da müssen wir jetzt mal... Ach nee. Ich hole mir erstmal das Wissen. Hast du nach mir gesucht? Das Schicksal hält uns alle zum Narren. Ich kann das ohne dich nicht erledigen. Soll eigentlich automatisch weggehen, aber er tut es irgendwie nicht. So, hier haben wir noch... Ach so, jetzt hier nochmal. Hallo? Hä? Oh, Situation kritisch. Brauche Held. Nimm auf dich. Leichen gut. Leichenteile? Besser. Ich mag die... Dinger. Die sind so geil. So, alles klar. Also, Aufgaben. Wir haben einmal... Widersteh... Den... Widersteh... 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 Zangen... Zangen... Gewitter an. Oha. Da kommt es wieder. Die Message. Oh, ich hab dann so'n... Warte, ich hab so'n Dingens überstanden irgendwie und dadurch hab ich jetzt ein Crash abgeschlossen, da wird... Alles klar, ich versteh' das nicht, aber gut. Äh... Muten... Muten! Gut. Er ist gelootet. Ach, ich war hier mit der Maustür unten drauf, ne? Das funktioniert noch nicht. Äh... Ja, hab ich jetzt abgeschlossen. Äh... Aufgaben. Ach so, jetzt hab ich hier wieder diese Protostar-Dinge ins Aufgabe. Geh jetzt! Beschäftig! Äh... Wir machen das hier erstmal. Jetzt Spinnenteile sammeln. Ich denke mal, hier im Kokon sind diese... äh... Leute drin, ne? Diese... Oh, ne. Die sind Spinn drin. Alles klar. Alles klar. Aber dann heißt es wohl... Kokon... Das stimmt. Andere Spieler. Ich hasse es. Die fahren mir die ganzen... Die fahren mir die ganzen Gegner weg. Die machen die ganzen Gegner hier weg. Bösen, bösen Gegner... äh, bösen, bösen Mitspielern hier. Wenn du... Wenn du nach... Nach der Dungeon-Gruppe suchst, ne? Dann findest du keine. Aber wenn du rumläufst, dann findest du An-Mas-Gegner. Äh... Gegner seitdem der Spieler. Was soll denn das? Geht ja gar nicht. Was denn jetzt? Warte mal, ich mach das Menü mal hier unten hin. Kann ich hier einfach... Hat gerade meinen Charakter gemacht, diese Lache? Okay. Wir haben gerade hier Gewitter bei mir, Leute. Deswegen wundert's mich auch nicht. Äh... Dass es hier so regnerisch ist. Ich hab leider kein, ähm... Kein, äh... Dingens mehr. Kein Molotow-Kochtier. Irgendwie. Find ich nicht. Vielleicht find ich ihm noch einen, aber... ... Achso, ich hab die... Die Aufgabe eh schon abgeschlossen. Deswegen... Ist auch egal. Ähm... Was ist denn mit den... Die sind hier auch. Und ich hab schon 33% gerettet. Da! Ich hab... Ich hab glaub ich da irgendwas gesehen. Warte. Okay. Ich hab da was gesehen. Da ist doch ein... Das ist doch bestimmt Molotow, oder? Nice. Äh... Flupp. Ja, mein Charakter lacht so. Es ist ultra strange. Es ist so ultra strange. Aber ist lustig. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Er ist lustig. Und verrückt. Kann aber das Silberrang erreichen. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt nochmal einen Molotow-Kochtier finde... ... dann läuft's. Der ist AFK irgendwie. Keine Ahnung. Ah, da! Oh, das sind ja ganz schön viele. Boah, ich glaub ich schaff's noch. Da. Warte. Nein, jetzt hab ich hier meine... Das will ich nicht. So, das. Ah, verdammt! Die Zeit reicht nicht mal aus. Warte, warte. Ganz schnell. Nein, ich hab noch eine Sekunde Abklingzeit. Verdammt. Kein Silberrang für mich. Alter, jetzt ist dieser Lache. So, hier wird aber auch nochmal Ausrufezeichen über das Alice angezeigt. Das heißt, das ist wichtig für Quest. Wahrscheinlich können random in den Kokons auch irgendwelche, äh... Leute drin sein, die sich da retten. Und... Ich hab nur das unglaubliche Glück, dass ich halt keine finde. Ja, und ich weiß, die haben ein Level abgemacht. Ich glaube, das Gewitter zieht wieder weg. Das hätte ich nicht sagen dürfen, weil es kommt wahrscheinlich wieder zurück. Ähm... Wir haben ein Level abgemacht, das weiß ich. Und da werden wir jetzt auch nochmal schön hier gucken. Und zwar... Schnellfeuer. Ja, meine neue Fähigkeit. Schnellfeuer. Wollen wir die... Ne, wir lassen das mal so, wie es hier ist. Und Flucht ins Nichts. Das ist denn das. Äh... Entfernt alle CC-Effekte. Also quasi... Boah, das ist ja grad... Das ist ja grad nicht so schlecht. Also sowas wünsche ich mir für meinen Charakteren Guild Wars 2. Aber der hat ja nur eine CC... Also eine... Ähm... Unterbrecherfähigkeit. Ähm... Ist ja schade. So ein Fähigkeitsrangpunkt. Was soll mir das Skill nachkommen? Pfff... Das da. Eine VIP-Energie. Tödliche... Kette. Ah ne, wir skillen erstmal da rauf. Äh... Außenposten M13. Und... Achso. Das öffnet sich jetzt. Äh... Achso, Expedition wahrscheinlich. Da und ähm... Da. Da. Das ist so ein Level 1 bis... Äh... Spieler 1 bis 5 Dungeon. Äh... Den könnten wir theoretisch machen. Weil da brauchen wir ja eigentlich keine Gruppe. Das gehen wir dann mal an. Wahrscheinlich müssen wir da eh auch irgendwann mit einer Quest rein oder so. Äh... Da warte ich lieber dann noch ein bisschen. Und wir können Gilde gründen. Geile Scheiße. Problem ist nur... Mit Free2Play Accounts kann man keine Gilde gründen. Nur beitreten. Ähm... Das heißt also, das kann man sich eh abschminken. Aber ich glaube... Äh... Das bringt sowieso für ein Let's Plane Projekt nichts. Äh... Äh... Bei dem man eh weiß... Dass man das irgendwann beendet. Da haben die Gilden nicht wirklich was von. Und... Man selber hat auch nicht wirklich was davon. Deswegen lassen wir das lieber. Da sind da keine Gilde bei. Auch wenn das natürlich irgendwie cool ist. Vor allen Dingen welche Gilden. So wenig Spieler wie hier spielen. Glaube ich nicht mal, dass hier irgendwelche Gilden existieren. Äh... Wenn man nicht mal in einer gescheiten Zeit einen Dungeon findet. Ja... Das ist das alles. Äh... Und... Jetzt machen wir... Ja... Aufhören! Äh... Das! Und die sind die, die sind... Das war's für heute. So, okay, jetzt haben wir eigentlich alles so gut wie abgeschlossen, oder? In diesem Gebiet. Ist doch gar nicht schlecht. Das gefällt mir. Ich habe ja merkwürdigerweise jetzt so ein paar Mikroruggler. Woher kommt das? Das ist bestimmt das Gewitter dran schuld. Das Gewitter, das sorgt dafür, dass... Wow, was für ein Ruggler war das denn eben? Also das ist ganz komisch gerade. Da muss ich mal nachgucken. Das ist ja... Hä, warum? Stich mich. Endlich hast du Kontakt mit mir aufgenommen. Ich sorge dafür, dass man von deinen Taten spricht. Verlasse mich nun. Sprich, sprich. Auftrag gut gemacht. Und jetzt noch ein Auftrag. Hä? Ich will doch nicht... Hallo! Sprechen! Why? Entsetzlich. Einfach nur entsetzlich. An die Arbeit. Aber woanders. Äh... Diese Situation erfordert eine sofortige Lösung. Ich empfehle, erfolgreich zu sein. Ich bin im Geschäft, um Geschäfte zu machen. Krass. Beeil dich. Du siehst ja, die Geschäfte laufen gut. Ja, sehe ich sofort. Ähm... Ja, äh... Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt einmal diese Aufgabe hier. Die ist ja... Oh, ist ja gleich in der Nähe. Hä? Diese Aufgabe? Achso, ist hier. Lol. Ähm... Sammle... Relikte. Relikte sammeln. Also, wahrscheinlich auch hier unten. Ich denke mal, wir müssen diese Gegner hier töten, oder? Oh, ja. Oh, geil. Schneckentöten. Ja. Geile Herausforderung. Ich kenne euch alle. Gibt's keine Schnecke. Wie unfair ist das denn? Das geht jetzt nicht. Da ist aber noch einigen von der Ecke. Geil. Coole Angraoff-Moves. Das ist... Das ist voll geil. Oh, geil. Bronzerang. Dann können wir nochmal ein bisschen... Ja, richtig euch die Kacke hauen. Zwei Minuten. Boah, geil. Aufnahme ist zwar schon vorbei. Aber... Mir doch egal. Ich weiß, die haben mich schon abgeschlossen. Egal. Egal. Hier ist noch ne Ausforderung am Laufen. Boah, geil. Wenn das so weitergeht, kriegen wir den Silberrang hin. Boah, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja mega awesome. Boah. Geil. Silberrang. Oh, das war's aber schon. Kann ich ja kein Goldrang machen? Ist ja... Ist ja frustrierend. Ist ja... Das finde ich ja... Das finde ich ja ein bisschen schade. Roggeli, Roggeli. Warum ruckelt das hier so? Ich verstehe es nicht. Das war doch... Das ist ganz komisch. Hier auch. Ich hab hier voll... Voll die Mikroruckeler. Hast du Neuigkeiten? Beeindruckend. Beeindruckend. So. Also, Aufnahmen ist eh vorbei. Wir haben beinahe nichts. Und, äh... Ja, wir sehen uns aber das nächste Mal wieder. Und, ähm... Ich werde mal in der zweiten Zeit schauen, was da irgendwie diese Mikroruckeler auslöst ist. Das ist ja... Unerträglich. Ah, gut. Jetzt fängt es halt wieder an zu regnen. Also. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Bis zum nächsten Mal.